Also bitte melden auf Twitch, wenn ihr mitspielen wollt, mit LOL-Namen am besten. Genau, mit LOL-Namen. Aber wie auch immer, ich starte jetzt zuerst mal LOL. Ich denke, das ist die beste Möglichkeit. Und dann können wir mal erstmal ein Game gegen Bots probieren. Wenn der ohnehin nicht mehr so lange spielen will. Die Landung kommt auch bald. Die Landung ist auch nicht mehr allzu weit entfernt. Richtig. So, dann haben wir hier... Ich das Spargel... Das Spargel... Spargel oder so. Bitte einfach nur den LOL-Namen, wenn ihr mitspielen wollt. Beziehungsweise ihr könnt mich auch adden, das ist nicht das Problem. Also mein LOL-Name ist einfach ganz normal. Real Cakes, okay. Und ich mach dann mal... Hab ich die schon, oder? Nee, glaub nicht. Nicht endlich mal. Beistrich gemacht. Wie kann man eigentlich eine neue Gruppe machen? Ah, hier ein New Group. Äh, Add Friend Group. Ähm... So, ähm... Add Friend. Dann wollen wir mal ein. Ähm... Tu ich dich denn mal rein? So, dann packe ich dich mal in... Real Cakes. Andere rein. Real Cakes. Ich hab den... Ich hab Real Cakes. Ich hab dir auch mal eine, ähm... Mannschaftsanfrage geschickt. Äh, beim 45 Zuschauer. Immer noch. Das ist wirklich klasse. Aber das wird wahrscheinlich gleich... Rapide runtergehen. Wenn ich anfange LOL zu streamen. Ja, kannst du dich richten. Die Landung ist ungefähr so... In eineinhalb Stunden. Ich mach jetzt erstmal... Oh, Korb, ne? Damit man... Gucken kann. EG Riot. Ja, ja. So, ich invite einfach mal... Gerade eine Party... Aus dem... 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 So, die hab ich invited. Noch, ja. Am Stream. Fips Major. Warte. Ja, Ruhm, ich bin dabei. Fips Major. Fips. Ah, hier. So, und, ähm... Die Leute, die jetzt auch Lust haben, ähm... Mit uns Leute zu spielen, die dürfen aber jetzt ausnahmsweise auch mal... Mal mit in den Channel kommen. Und zwar, joint einfach mal auf dem Final TS. Die ganzen, äh... Nur die ganzen Leute, die LOL spielen. Und ich denke, ähm... Dass es am besten ist, dass man hier mal ein bisschen kommuniziert. Sollen wir vielleicht in Aufnahme 2 gehen? Das könnten wir machen. Thomas, du hast keinen LOL? Nee, aber wir können doch da bleiben, ich meine. Okay. Wie sieht's eigentlich aus mit Ben? Obwohl, wir sind schon 5. Ja. Room LP. Wer ist denn... Room LP... Sagt mal gerade eure ganzen Namen hier auf dem Teamspeak. Die ihr hier gerade in der Lobby seid. Das wäre ganz wichtig. Ansonsten kann ich nicht zuordnen, wer ihr hier seid. Und wer nicht hier hochmoven soll? Fipspilot. So. Hallöchen. Hallöchen. Und... Loll-Account machen, dann musst du das Spiel mal haben. Das dauert mindestens 5-6 Stunden, bis du es runtergeladen hast und gepatcht hast. So. Äh, so lange nicht mehr. So lange nicht mehr. Jetzt brauchen wir noch Real Cakes und Reloader IR. Die sollten noch auf dem TS kommen. Gut. Dann brauchen wir nur noch Real Cakes und ansonsten, sag ich einfach schon mal, starten wir mal. Also ich spame gleich mal. Real Cakes ist da unten. Kannst du auch 10. Innovier. So, gut. Und es ist wie gesagt ein ganz normales Bot-Game. Erstmal ein bisschen chillen. Ein bisschen Bots bashen. Und ich gehe AD. Ich brauche noch einen Support. Das wäre mir wichtig. Ansonsten ist das okay. So. Dann muss ich mal noch schauen. Gut. Ähm. Oh ne. Dann wäre es gut, wenn irgendjemand supporten könnte. Fips, willst du supporten? Ja, ich könnte es mal probieren. Ja. Jetzt in dem Spiel nicht das wichtig. Okay, dann. Obwohl, naja, es ist ein Bot-Game. Mach, wie du meinst. Aber. Okay. Jetzt püchst dein Haus. Was ist mit meinem Haus? Schreibt. 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 Oh ne, der war falsch. Kick sollte man noch locken. Gut. Ähm. Lol. Warum ist er jetzt gelieft? Ich weiß nicht. Mich hat's rausgeschmissen. Ich glaube, er ist irgendwie aufgeregt. Gott. Irgendwer ist jetzt gelieft. Gamer Prime kann noch dazukommen, wenn Real-Mensch-Real-Cakes-Typ-Mensch nicht mitmachen kann. Ja, einer kann auch mitspielen, Jus. Und ich habe mal einen Freund, der könnte eventuell auch mitspielen. Der spielt auch LOL. Na, mir ist das egal. Mir ist es am liebsten, wenn alle Leute hier im Stream, ähm, die im Stream und auf dem PS. Der könnte auf den PS kommen. Ich schreibe mir mal kurz an. Der spielt nämlich mit mir immer LOL. Ich schreibe mir mal kurz an. Und was ist denn mit dem Reloader, Aero? Der wird uns ja dann doch nicht jetzt, oder wie? Das ist natürlich blöd. Wir waren eben fünf und es werden sogar noch Leute gekommen. Aber... Scheint nicht so. Hm. Hat sich ein Kahn noch einladen. Ja, mach mal. Gut, dann haben wir jetzt unsere Leute zusammen, hoffe ich. So, ähm... Der eine will zwar nicht TS... Egal, naja, wenn's dann... Ich hab ihn mal geschickt. Okay. Dann... Wasklan.de... Warten wir noch kurz auf ihn. Jo, okay. Wunderbar. Dann haben wir ja noch ein... Das ist jetzt schon das erste, zweite, dritte, vierte, fünfte Game, was wir heute zocken. Wunderbar. Und hier oben in der Luft tut sich nix Neues. Immer noch gemütlich mit dem unsichtbaren Flugzeug unterwegs. Leider unsichtbar. Unser Top of Descent ist wahrscheinlich noch... ...n Stündchen weg. Kommt der denn auf den Teamspeak und dann auch auf den Server, hoffentlich? Ja, ich... Jetzt ist er da. Ich hab ihn noch gespart noch auf Teamspeak kurz. So. Dann... Soll er mal kommen. Wie genau ist die IP? Der superpro.de oder final-clin.de? Der superpro.de. Genau. Wird den... Dein Haus ist wieder ganz. Okay. Ah, jetzt ist er da. In der Willkommenhalter. Jop. Hallöchen. Grüß dich. So, dann können wir mal starten. Ich hoffe, jetzt droppt niemand raus. Ja. Mechlin ist dann noch frei. Wo geh ich denn hin? Das könnte jetzt gegebenenfalls falsch rum gewesen sein, aber Yoro. Ich spiele mit da. ADC. Ich bin mit da. Ähm, spielst du Top mit Z? Bin nix. Ähm... Ja, ich bin nicht mehr. Könnte probieren, aber ich spiele lieber Adolf, wenn man, wenn wir Doppeltoppen nehmen. Das ist erstmal nur ein Bot-Game, also ich muss erstmal schauen, ob das mit dem Stream und nicht klappt. Okay, dann nehmen wir Doppeltoppen. Ähm, ja. Nein, ich nehme Rangar. Dafür nicht Ende diesmal. Als Gegner. So, und ich hoffe, ich kriege das hin mit dem Vollbild. Du kannst ja sonst LOL in den Fenstermodul stellen. Ja, das muss ich aber dann erst, kann ich aber dann erst ingame machen. Nicht, dass sich alle wundern, gleich, dass das Bild weg ist, wenn wir laden. Minecraft sollte ich mal zumachen. Ja. Ja, doch, man sieht's sogar. Hat das ja witzig. Wunderbar. Und ich hoffe, es leckt ingame nicht zu sehr. Jawohl, du weißt. Ich will gerade nochmal hier minimieren alles. Oh mein Gott, das hätte ich nicht tun sollen. Was? Das hätte ich nicht tun sollen. Das hätte ich echt nicht tun sollen. Verdammt. Oh, jetzt seh ich's. Das ist doch, oh, das ist doch lächerlich. Echt gut. Das ist doch scheiße. Ach, das war klar, dass Vollbild Games irgendwie wieder alles zerstören. Also ich hab mein FSG sogar noch laufen mit pausiert und geht noch. Ja, aber irgendwie, äh, das ist doch ein Shit. Aber das Bot-Game, da können wir jetzt nicht vorfliehen. Ja, dann noch ne Landung in San Francisco machen. Ich denke schon. Und jetzt werde ich mal gerade umstellen auf Video. Äh, Windows. Okay. Vielleicht kriege ich das ja dazu hin. Ah, Shit. 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 Irgendwie funktioniert das aber auch nicht ordentlich. Äh, dämlich. Moment. Mal gucken, wo das ist. So, okay. Jetzt müsste es eigentlich funktionieren. Äh, hinzufügen. Eine Fensteraufnahme. Ähm. Ja, wunderbar. Dann kann man das hier nämlich auch streamen. Äh, eine Position. Infolge nach unten. Nein, Folge nach unten. Ja, das tut mir jetzt wirklich unendlich leid, dass das nicht besonders, äh, toll gelaufen ist mit dem FSX. Aber ich denke, wir werden gleich einfach noch ein Ründchen FSX spielen. Können wir dafür mit allen vielleicht spielen? Bitte? Dann können wir mit allen spielen. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit, ja, wenn Thomas sich bereit erklären würde, einen Server zu hosten. Ist dein FSX abgeschmiert, oder? Nein, FSX hat sich, äh, genau als das Game in Vollbild, also LoL in Vollbildmodus gewechselt ist. Ähm. Irgendwie aufgehängt. Alles klar ist das? Und... ... ... ... Du musst Last hitten, ne? Mhm. Schön. Der Flug hätte noch ungefähr eine Stunde gedauert und somit würde ich sagen, machen wir einfach nach San Francisco gleich einen Flug, der ungefähr eine Stunde dauert und danach noch einen. Das wäre, glaube ich, keine schlechte Idee. Irgendjemand grieft hier in Minecraft-Sachen. Du musst Last hitten, Mensch. Phil, Robin, du... Immer nur den letzten Hit auf dem Minion. Ansonsten kriegst du den meistens nicht. Guck mal, ich bemühe mich jetzt nicht und habe schon die Doppelten Last Hits, äh, die du hast. Das ist wichtig. Humphreys. Humphreys. Ja, ob ihr bei den Fliegen mitmachen könnt, ich denke schon, denn wenn Thomas die Ressourcen uns wieder zur Verfügung stellt, dann, ähm, können wir das sicher. Ja. Wollte Töschte. Nein, 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 nein. Oh, nein. Ah. Du killgeil. Lysium. Nein, nein. Den hast du entzündet, Phönix. Ich habe es nicht. Oh, komm, das wäre das Gemeine. Warte, ich habe den Charm. Im Gebüsch, aber es geht sie nicht auf, nein. Alter, wie will ich denn noch haben? Und der Rengar, also da. Ja, ist da der Trondle, genau. Ach, komm, jetzt sind wir wieder weg. Ja, ich habe es nicht. Ja. Ich weiß, genau. Ich weiß, es ist die oder es ist die? Ach ja, der Genti satt. Ich hätte ihm mit meinem Stream die Laune versüßt. Das ist doch schön. Freut mich doch zu hören. Und wenn ihr Lust drauf habt, mache ich auch gerne häufiger mal so einen Stream von mehreren Games. Aber es ist halt mal ein bisschen was Besonderes. Das hatte ich ja auch schon im Vorhinein gesagt. Alter Reis. Ach, sie wollen hilf sein. Ne, bis jetzt nicht. Ich muss nicht, ich muss ja schumpen. Ich möchte nicht mehr so viele Töger machen. Ich muss also in der Nahrung kommen. Ich muss ja auch mal schüßt. Wie soll ich das so genau sagen? Das ist wirklich toll. Ich muss ja richtig sagen. Ich muss mich CC-Box mitnehmen, aber ich hoffe, dass ich das so machen. schütz auch kommen ja das mit dem pingen das geht sogar noch einigermaßen klar in lol ich kann mal kurz dahin warte noch kommen im 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 ZONE Ja, sorry, dass ich ein bisschen lol, äh lol, ein bisschen ruhig hier in lol bin. Ich bin nämlich immer ein bisschen konzentrierter beim lol spielen als sonst wo. Muss man schon dazu sagen. Ja, Orange, wird es später noch einen Flug geben? Ja, es wird später noch mal einen Flug geben. Ich hätte eigentlich gedacht, dass wir den eigentlichen Flug fertig machen könnten, aber der ist eben leider mit dem FSX abgeschmiert, obwohl er vorher vier Stunden, über vier Stunden lang im Hintergrund ordentlich gelaufen ist, ist der Flugsimulator einfach abgestürzt bei meinem ersten Langstreckenflug. Ich finde es schade, aber leider kann man das nicht vermeiden bei einem so grottig programmierten Programm. Kann man da wahrscheinlich nicht viel tun. Fatschern kommt mit. Fangen wir mal die Fatschern ab. Wenn die Fatschern ab. Du musst wirklich Last hätten lernen. Wenn du das nicht kannst, wirst du kein bisschen lol nicht gut. Du bist ein Schätzungsverfahren. Ach komm, Bryce, dein Ernst. Geil ein Problem auf mir, schon Vormittag auch. Ja, keine Comments. Ah, die Stifte. Ah. So, Testatemzug plus Whisper. Ots. Ots. Was baut die denn? Die Baut Mana Moon, oh mein Gott. Die Bots sind so geil, Bulk am Erde. Okay, 2 und 1, wohl doch irgendwo, aber... Reloader geht auch mal wieder, Top-Lane. Ja, das war's vielleicht, was schlaueste. Okay, interessant. Naja, aber die Bots geben sowieso immer sehr, sehr schnell auf. Oh, da kommt mir Shannon entgegen, wie nett von Ihnen. Oh Gott. Ja, danke. Danke, ich neid, dass du auch mal was bringst. Tja. Put-Lane ist gerade weg. Das ist ja. Put-Lane ist weg. Geh ich wieder Tab-Pushen. Und ich denke, beim nächsten Mal, wenn ich LoL streame, werde ich dann auch den Chat richtig legen. Nicht, dass er irgendwie über der Minimap liegt, was er gerade tut, aber... Obwohl, beziehungsweise, ich mach das mal schnell. Dürfen? Ja. Nr. 1, wie da errate die Vorred auf. Ja, kann mir. So, jetzt sieht's, glaub ich, einigermaßen annehmbar aus. Ah, was? Was? Die lädt noch? WTF? Ich mein, hallo. Ähm. Diese Bots. Ja, aber wie gesagt, nächstes Mal kein Bot-Game mehr, sondern was ordentliches. Ja. Ich mein, hallo. Ich meine, hallo. Ich mein, hallo. Ich mein, hallo. Ich mein, hallo. Wir gucken uns諦geln. Die Augen. Das ist gut zuprennen. Okay, wir gehen. Und das ist echt gut. Das ist gut. Wir gehen. Ich meine, wir gehen ¿? Wir gehen dazu hin. Wir gehen. Wir gehen, wir spielen. das so vorliegen nein 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 nicht nein 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 Das Reis hat auch noch ab Achtung, Stiffel Reis kommt Ja, aber geht schon hoch Ich kann wieder mal ultimative Jump-Taktiken machen Reinhüpfen, killen und wieder raushüpfen Oder überlebt einfach knapp, das geht auch Es ist ein bisschen Entschuldigung, dass die Dageinstitut die Dageinstitut Töne, die Dageinstitut oder die Dageinstitut Ich waste mal alle meine Skills, aber Marco fragt, wann wir wieder FSX spielen. Ja, ich würde jetzt einfach sagen, wir spielen die Bot-Runde, ähm, LOL, und vielleicht nachher noch, äh, und danach noch ein Normal-Game, und, ähm, dann werden wir uns wahrscheinlich wieder mit dem FSX beschäftigen. Wahrscheinlich. Wenn ich ihn nicht kriege, dann kriegt ihr ihn auch nicht. Naja, aber Easy-Bot-Bash, das ist sowieso, klar. Ne, du kriegst ihn nicht. Ja, du kriegst ihn nicht. Boah, ich muss jetzt kurz mal weg hier. So, schwarz 2, Totalisierer, geht noch, und dann hoch. Dann zockt ihr wieder FSX, aber ich spiel dann noch einen Normal-Game, nicht-Game-Bot, und dann zocken wir wieder FSX. Ja, so würde ich's machen. Vorher hol ich mir immer noch einen Kaffee und bin kurz weg, und lass die anderen dann noch ein bisschen spielen hier. und danach gucke ich, dass ich noch mal ne Route nach, äh, San Francisco finde. Ja. G. Ach so, ist in der Bots. Ich hab schon GG geschrieben. Ja. 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 Ach so, das sind ja Bots. Ich hab schon GG geschrieben. Ja. Da hab ich da Zeit, also ich lande dann nochmal alle ein. Ja. Dann haben wir mal einen Spieler. So, Fenstermachnahme. Noll. Giant. So. Re-laut ER. Da haben wir den LoL-Client wieder, und, ähm, dann werden wir, ups, sorry, ich wollt' gar nicht, ich nehm' bei dir an, sorry, sorry, sorry. So. Der hat abgelehnt. Ah, der ist offline. Ja. Gegangen. Ähm, ich kann gleich, glaub' ich, noch einen einladen, aber, ich würd' sagen, vorher muss ich erstmal grade hier das hier wieder adjusten. Justin, so, ein bisschen... Vielleicht einer vom Stream auch da mitspielen wolle. Könnt' er euch ja mitmachen. Richtig. Ihr dürft gerne bei der nächsten LoL-Runde mitmachen. Und, äh, schreibt einfach euren LoL-Namen mal in den Chat, in den Twitch-Chat. Und, dann könnt' ihr gern auch mitmachen. Der CPad, der wird euch wahrscheinlich einladen, weil ich bin jetzt erstmal afkar und gebe die komplette Unterhaltung an euch weiter, die ihr jetzt die Aufgabe habt, ähm, meine Zuschauer ein wenig zu unterhalten. Also, ich hol' mir mal einen Kaffee. Bis gleich. Okay. Ja. Also, der, das, spare eins, ähm, mitfliegen, ja, wir spielen jetzt, ja, wir fliegen jetzt nicht FSX, ähm, wir spielen die später nochmal, da kannst du wahrscheinlich mitfliegen. Und die Route, geh mal, hat sie da jetzt schon gesagt, aber Route Finder in Google ein, dann findest du eine Seite. Die heißt, ähm, ähm, rfinder.eserling.net. Jetzt directive ich mal. Sehr. Ich wollte sein, ja. Jetzt bin ich gewonnen, ja, dass Espero klippаци�-Ehrerl Father von Also wer bei LOL mitspielen will den Namen bei Twitch bitte schreiben, ich schätze euch dann. Ich schätze euch das. Vielen Dank. Vielen Dank. Nein, wir müssen jetzt nicht landen. Vorhin ist der FSX vom Ruhrz abgestürzt. Deshalb werden wir im Flug leider nicht zu Ende führen können, aber wir werden nachher nochmal ein Flügchen machen. Nein, der Flug nach San Francisco ist nicht vorbei. Wie gesagt, wir müssen hier nochmal... Wir haben nachher einen Flug machen nach San Francisco, weil der gerade eben ist abgestürzt. In den Teamspeak, ja, könnt ihr gerne kommen, aber ihr könnt leider nicht zu uns in den Channel rein, sonst wird's ein Schlüssel voll. Und zwar, die IP steht unter jedem Video, glaube ich, von Moritz auch drunter, ich bin mir nicht ganz sicher. Einfach nur der-super-pro.de auf Teamspeak connecten. Nachher, ja, könnt ihr auch mitfliegen wahrscheinlich. Wir müssen auch noch schauen. Aber Moritz wird's jetzt noch mit einer Runde doll spielen. Und dann wird er wahrscheinlich nochmal FSX spielen. Und dann, wie gesagt, die Landung in San Francisco nachholen. Wir müssen uns an der Route ausdenken. Äh, ja, FSX-Route findet man. Route Finder, Fatsim, Iwao. Iwao sind auch richtig gute Routen dabei. Pfff, ja. Pfff. Wie gesagt, bei Iwao, Watsim oder Route Finder. Überall gibt's Routen. Wir müssen natürlich auch die... Ach Gott, wie heißt's? Das aktuelle AIRAG installiert haben, weil ohne AIRAG habt ihr die ganzen Baypoints natürlich nicht... Ja, mitfliegen, wie gesagt, nachher. Los Angeles, San Francisco ist vielleicht... Bisschen kurz, mal schauen. Oder der geheime Airport hinter Los Angeles. Wo warum auch immer 2787 rumstehen. Haha. Alter, der Stream hat ja Verzögerung. Ist bestimmt eine Minute. Wahnsinn. Ach. Wird auch immer mehr. Hm. Ich zähle einfach mal mit. iPad. Dein Einsatz. Äh, wo war denn das? Jobuhr. Los Angeles, San Marten. Ja, nee, danke du. Da sind wir ja nochmal so lange unterwegs, wie gerade eben, wenn ich noch länger. Haben wir's eigentlich schon einen gefunden, der mit uns mitspielt? Nee, ich hab noch keinen gesehen, der was geschrieben hat. 3000 Meilen, ja. Gerade eben hatten wir 2200. Jetzt. 42 Sekunden Verzögerung. Nee, danke. Auch wenn du die Route postest, nee, danke du. 3000 Meilen. Ich müsste mal schauen, ob das überhaupt... Oh, ich glaube, ich habe genug Fuel mitnehmen können. Warte mal. Fuel Planner. Übrigens auch eine gute Seite. Fuelplanner.com Kann man sich immer schön rausschauen, wie viel Fuel man braucht. Also... Klacks nach TNCM. Banner. Ja, 46.000 Pounds, das geht sogar noch. Könnte ich noch reinbringen. Okay. Und der, der geschrieben hat, wir sollten eigentlich schon am Airport sein... Äh, nein. Ich hab noch... 17.41 soll ich landen. Und jetzt haben wir 16.41. Ich hab noch eine ganze Stunde zu fliegen. Mikrofon aktiviert. So, was geht über einen schönen, warmen Kaffee? Wunderbar. So. Da bin ich wieder. Frankfurt, Main, Washington. Nee, ist immer auch ein bisschen zu lang. Ähm, wie sieht's aus? Was haben wir einen fünften für das Normal? Äh, das hat sich keiner gemeldet, nee. Also ich frag noch mal, vielleicht... Wer... Dann gib mir mal gerade Rechte. Ähm, jetzt den Namen schreiben. Da müssen wir halt drehen, kurze Sekunden drauf haben. So, dann... Nee, ich hab auch niemanden, die... Nee, ich hab auch niemanden, die da... Warte noch im Stream. Du hast übrigens 42 Sekunden Verzögerung im Stream. So, krass. Weil der Stream hat so 45 Sekunden Verzögerung. Mhm. Interessant. Ding. Wollen wir warten, oder was zu sagen? Aber Thomas hat ja schon gefreut. Ich glaub, dann müssen wir zu viert spielen. Und Start einvermeid. Ja, ich hab nicht gewagt. Ja. 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 Ich hoffe, ich bleib jetzt ein bisschen länger wach durch den Kaffee. Und es sind wirklich ganz tolle Vorschläge, die ich jetzt hier gerade im Chat lese. Mal grad ein bisschen hochscrollen. Aber ich würde gerne meinen Flug nach, ähm, Los Angeles beenden, nach der Runde LOL. Das wär mir, ehrlich gesagt, am liebsten. Jetzt sehen wir die Verzögerung wenigstens. Ja. Treibstoff bei der 737 müsste in LBS angegeben sein, oder? Thomas? Mh, kann man einstellen. Halbe Minute. LBS oder Kilogramms. Aber immer mal 1000. Mhm. Das weiß ich noch nicht, Genti. Aber das werde ich mir überlegen. Ich würde nämlich gerne eine Strecke fliegen, die auch nochmal so um die 2-3 Stunden dauert. Dann würde ich jetzt behaupten, wir würden, was weiß ich, von Dallas fliegen. Oder von ein bisschen weiter westlich. Dann haben wir auch eine schöne, etwas längere Strecke. Als kleine Wiedergutmachung dafür, dass ich aus, ähm, ja, nicht ohne mein eigenes Dazutun, ähm, den FSX zum Absturz gebracht habe. Und somit, äh... Du meinst gar nicht abgestützt. Ja. Nee, ich glaube auch. Man kann's nicht, man kann's leider nicht beeinflussen. Von Las Vegas ist vielleicht ein bisschen zu knapp. Aber, wie gesagt, erstmal spielen wir mal eine Neu-Runde. Und dann schauen wir weiter. Aber ich würde auf jeden Fall gern wieder da hinfliegen. Ich spiele nochmal eine Runde. Ich spiele mal meinen Main. Ich kopiere mal das ADC, weil der Typ ist noch nicht connected. Der Master. Da stehst du, soll ich mit dir auf den Top gehen? Ähm, dann Support mich, bitte. Dann spiele irgendein Support. Was hast denn du als Support, ähm, Robin? Ja, ich habe jetzt mal den, wie heißt der, Varus? Das ist kein Support. Du musst einen Support spielen. Ich weiß nicht, was Support ist. Äh, was kannst du spielen? Du kannst Alistair spielen, Jena, Leona, Nami, Nidali, Nunu, Sona, Soraka, Tarek, Trash oder Zilyan. Nämme ich die Janna da. Mhm. Dann nimm, äh, Slow Exhaust mit. Also, keine Ahnung, wie das heißt. Erschöpfen oder so. Und, ähm, nimm AP- bzw. Tankrunen mit. Kannst du das machen? Ja, wo ist denn das? Ähm, das ist, das Exhaust heißt das. Oder verlangsamen oder, oder, keine Ahnung. Das heißt auf jeden Fall Exhaust. Das ist dieses, das ist das Symbol, was ich... Das erste. Exhaust, ja. Ja, das braucht man als Support. Dann kann ich dir sagen, was du so kaufen würdest. Nee. Okay. So, wunderbar. Boah, schön, dass mich endlich mal wieder jemand fahrt. Ich, äh, finde die Quality Wings 787 einfach nur top. Bin ganz froh, dass, ähm, Quality Wings sich diesem Projekt angenommen hat. Und, muss sagen, ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, was bei rauskommt und ob die Systemtiefe wirklich so gut ist. Wir sind jetzt ausgetimt. Ben, Mensch. Ist auch schon lange nicht mehr da. Ja. Scheiß, wie kriegt er da jetzt eine schöne Treppe hoch? Am besten gar nicht. Wen spiele ich in der Mitte? Akali, glaube ich. So, was haben wir denn? Corki, Leona. Leona ist richtig krass, ne? Weißt du, was Leona kann, Robin? Nee. Äh, Leona hat den E, damit zieht sie sich ran. Der Q, das ist ein Stun. Der W, das ist ein Schild. Und die Ulti, das ist ein richtig krasser Stun. Also, du musst auffassen, das ist einfach nur der Stun-Char schlechthin. Okay. Und ich bin jetzt Proter, du geh in den Hits. Du bist, du bist bei mir. Du musst mich supporten. Du machst keine Last Hits. Und, äh, was du machst, ist einfach immer nur den Gegner immer ein bisschen anhauen, immer ein bisschen harassen. Du bist nicht derjenige, der Damage macht, sondern derjenige, der setzt Wards, der hilft mir und so weiter. Das ist immer auf der Botlane. So, man hat einen Damage-Dealer auf der Botlane und einen Support, einer, der hilft. Okay. Okay, gut. Machst du schon mit Nasus. So, was haltet ihr von Prepare 2? Ja, von Prepare 2 halte ich relativ viel. Ich habe es mir aber selber noch nicht geholt, weil ich immer noch denke, dass es sich nicht lohnt, alle Add-ons komplett umzustellen, da ich wirklich meinen FSX so stark und gut ausgestattet habe, dass ich noch nicht unbedingt die Not- und das Bedürfnis empfinde, auf eine meiner Meinung nach noch nicht komplett ausgereifte Plattform umzusteigen und da nochmal sehr, sehr viel Geld rein zu investieren. Und nein, also in dem nächsten Flug werden wir mal nicht nach St. Martin fliegen, sondern wie gesagt, erstmal einen Flug nach Los Angeles, weil das hatte ich mir auf jeden Fall vorgenommen. Los Angeles, da will ich heute hinfliegen. Und da denn mein FSX, der sich sowieso verabschiedet hatte, ja, ist es doch umso besser. So, ich stelle mal gerade meine Grafik ein bisschen runter. Shadows of Facts, Quality, Medium, Moment, Quality, Medium. Ich stelle das mal gerade ein bisschen runter, denn in dem komischen Fenstermodus fängt das Game nämlich immer ein ganz klein wenig an zu lenken. Gut, okay. Und ich weiß, dass ich da nicht unbedingt auf viel Zustimmung treffen werde, aber ich möchte gerne, und zwar sehr gerne, häufiger LOL streamen. Denn LOL spiele ich persönlich sehr, sehr oft und eigentlich auch sehr, sehr gerne. Und, ähm, ja, das würde ich dann doch auch gerne hin und wieder mal streamen. Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Mein FSX, lieber Room LP, ist nicht mehr am Leben, denn nachdem ich LOL gestartet hatte, ist mein FSX abgeschmiert. Und deshalb habe ich vor, nachher nochmal einen Flug nach, ähm, nach, äh, San Francisco zu machen. Ja, GhostGamesLP fragt, wie das ohne GameSpy geht. Dazu habe ich mal ein ganz großes Tutorial gemacht, das, äh, und, äh, und, äh, und, äh, und, äh, und, äh, machst du nun ein FM... Ja, Jona Elfcraft fragt, ob ich ein FMC-Tutorial mache, ähm, das habe ich sogar schon gemacht. Irgendein Penner hat schon wieder gegriffet. Da spielt einer Jungle bei den Nantes 4RD mit da gewesen. Äh, RoommatePay, das darfst du gerne posten, nur das Problem dabei ist einfach, äh, dass ich die Links ausgestellt habe, damit niemand irgendwelchen Bullshit... Ah. Erstmal Werbung machen. Ha, Werbung! Haha. König, du kannst da deinen Kanal spammen. Was? Ja. Ja, auch ein Kanal an, das, äh, 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 ähm, so 80, 80 Abonnenten haben wir, oder? 84. Oh, heute schon viel dazu. Oh, fuck, 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 fuck. Ich bin ja total am pennen. Fuck it. Fuck it. Alle Nachrichten, ich lade, äh, nö. Können die Add-N-Dann einladen, das sind wir fern, wieder. Aber wir fliegen danach, ja. Atlanta nach San Francisco, das, wie weit ist das denn ungefähr so, so 400 Meilen, ich denke, wenn das so wäre, dann wäre das doch ein guter Kandidat. Oh. Boah. Macht vielleicht viel Damage. Doch Schaub bleibt. Jetzt kann ich da aus Kölner. Meine Masse. Dann Tower Panels. Und Rester Chang'a. Äh, da haben wir so frei. als spieler nicht die Szene entstanden und da habe ich schon damit sie macht sie bitte nicht einmal getroffen die erste gut oder da kommt weil der Mensch kommt schlecht er war er lasst es aber scheiße muss nicht drauf haben das passt schon isoliert ich ein bisschen richtig klick dass man das jetzt schon wie gesagt als support einfach nur helfen push mal die lane nicht also das heißt nicht drauf vorne ansonsten poste das ist nicht unbedingt das was wir machen wollen naja 6 gb kommt drauf an mit was du sonst erlädst robin nicht auf die minions hauen ansonsten post du das heißt ja es drücken es geht ab es ist weiter und zum mittleren keine ahnung aber er ist nicht hier dann sich mal ein bisschen auf achschade er macht mir dass es hier mal gar nicht anders ist es ein dritter er sollte doch ein bisschen mehr kommen dann evolutionieren mal die kuh und jetzt wird es richtig schwer für gegner normal feiern isoliert ist dürfte keine chance haben und was wichtig ist du musst dir du musst dir das wort trinket holen robin und wort und was wichtig ist du musst dir das wort trinket holen robin und wort ich brauche auch mal zwei worts die werden auf jeden fall sinnvoll ich fress immer ich fress immer das scheiß fass aber tego chigualpa fragt rob ob ich den flughafen kenne natürlich der ist doch die heißt der hat top ton content tego chigualpa oder so heißt der oder wenn ich mich richtig mich erinnere oder so backport du musst wards holen am besten auch backporten wo finde ich die wo finde ich die denn oder wo finde ich die im shop die also du brauchst übrigens dein dein trinket musst du dein trinket musst du ersetzen durch das wort trinket also warding totem oder so und musst dann stealth wards halt irgendwie oder sehende augen oder wie auch immer die heißen ich weiß es nicht genau ich habe mein game halt auf englisch weil die ganze welt hat das auf englisch ja dann holt ihr das warding totem und die stealth wards zwei stück davon ein bis zwei stealth wards und das warding totem und dann den ancient coin so schnell wie möglich ausbauen zum ersten erstmal ein ancient coin ausbauen genau hol dir erstmal noch zwei wards also zwei zwei dingens hier stealth wards ein bis zwei kommt darauf an wie viel geld du hast wards male oder was nein wards stealth wards das sind die grünen dinger mit den augen ja stealth wards okay davon ein bis zwei und wenn du genug geld hast dann bau du ein ancient coin zur ersten stufe aus und wenn du dann irgendwann wieder geld hast dann holst du dann holst du dir genau erstmal die einzelne die normalen schuhe und die baust du dann zu den rüstungsschuhen aus und wups wups dem und vorher acht obwohl sie mehr was sein hat okay das ist uncool warte warte ah ok hätte ich auch noch bekommen können aber richtig gut dass ich nicht gestorben bin schön supported so muss das sein Achtung ähm der supporter äh der jungler kommt ähm botlen ja ok ich lasste mich da schnell hoch das passt der typ ist nämlich so stroh dumm den kann man auch mit lowlife fighten siehste scheiße jetzt habe ich natürlich meinen ah meine barrier nicht gedrückt bekommen ey immer diese kacke den hätten man hätte man sogar weißt du den den typen der ist nicht besonders helle den hätte man in den tower reinbeten können und dann holen können mhm Lorenz welz frag mich hablo espanol si senore hablo espanol pero solo un poco ähm was wollte ich denn jetzt schon das äh soll ich schon soll ich schon ach ich mach einfach so soll ich die probieren ich glaube die kriege ich sogar gefeiktet wenn sie isoliert ist kurz ah avaran nächste runde gegen uns ach der gute avaran der troll nein das tut mir leid wir spielen nicht gegen euch ich spiele nicht mit äh drei oder vier menschen die noch nicht level 30 sind gegen einen platin 3 ein gold zwei gold menschen und äh den rest silber entschuldigung das äh ist nicht unbedingt das was ich carryn kann aber wenn wir irgendwann nochmal zeit haben für ein stream dann können wir gerne mal mixteams machen und ich denke das wäre sicher ganz interessant auch mal mit den abonnenten hier ein custom zu machen oder einfach mal ein bisschen zu zocken wenn es denn wenn es denn einige gibt die überhaupt hier zuschauen wenn wir wenn ich loll spielen würde 36 zuschauer ehrlich das ist schön zu hören 39 sind zwar weniger geworden als anfangs ach guck mal die leona mensch hast du gefällt ist das schön wir haben 39 zuschauer das ist wunderbar sich grad aktualisiert und du willst revanche nehm ich an akalie lass ich sie aber nicht so leicht zu ich mache einfach zu viel damage naja da will sie schon ich werde noch ich werde noch irgendwann rumlp sagt ich finde es gut dass es bei dsp nur zwei admins gibt in welcher hinsicht auf dem minecraft server auf dem final server oder auf dem teamspeak oder worum geht es denn da oh da flascht es sich weg ich hätte jetzt keine chance gehabt aber ich muss noch zwei worts kaufen habe ich vergessen wenn du 950 gold hast und deine schuhe schon fertig hast dann holst du dir das den wortstein den den sidestone heißt das den hätte ich jetzt so geil tower difen können jump gut wegjumpen ja ähm den sidestone den sidestone und den brauchst du nicht ausbauen der ist nämlich meistens useless wenn man den ausbaut man kann nämlich nur drei worts setzen nach dem großen update rumlp sagt das wegen zwei admins auf dem ts eigentlich gibt es sogar eins zwei drei vier admins aber jonas ist auch ein admin dem habe ich aus äh aus freundlichkeit mal den admin status gegeben der das genauso auf seinem ts mit mir gemacht hat und äh dann gibt es den admin status bei uns der ist nicht einfach nur so da aus vierde sondern kommt daher dass dieser teamspeak wie ja auch genannt ist der heißt final teamspeak nicht ohne grund denn final gaming ist der climb den ich 2011 gegründet habe und ähm wir sind eben eine gemeinschaft die lol battlefront und alles mögliche spielt und damals gab es eben auch noch ganz viele member und die mussten dann eben halt auch gemanagt werden und somit gibt es dann da eben gab es dann eben admins die rolle der admins ist ja im moment nicht mehr unbedingt so wichtig alter wer hat den typen denn so krass gefiedet welchen der dinks hin ich nicht mich hat nur einmal die akade meine fresse ey das ist ja richtig hart wie der gefiedet ist meine güte ey was hat der leicht kommt der jetzt wieder mit ja scheinbar aber so gucken wir mal auf dein bild ähm du solltest dir wenn du dir deine boots ausbaust nur home guard holen alles andere ist nutzlos ok home guard boots sind die einzigen wahren und du musst dein ancient coin langsam ausbauen ansonsten bekommst du nicht genug geld von meinen last steps ja ja avaran der große admin hier vom final teamspeak ja ok ich glaube der master hat krassen ping ja wirklich einen krassen ping hat der irgendwie am anfang gesagt oder und auch dieses krasse arbeithafen dann evolutionieren wir mal die e ok ich habe eine 8 der live regeneration live steel habe ich auch ok wo sind der ich habe angst dass dieser ähm dass er ähm gsin bau kommt na ich habe den grad geöffnet aber dein wort solltest du auch einsetzen ne das wäre ganz praktisch wenn du da ein wort hinsetzt das würde erstmal reichen du musst auf dem wort klicken und den dann platzieren im gebüsch hier hier und äh setz ihn dahin wo es grün ist also wenn das äh der dingens ne deine maus grün ist dann heißt es erst noch im gebüsch ah ok weil dann sehen wir den xin auch kommen das ist ganz wichtig man braucht vision nein ich habe auch beide seiten gewordert ok dann hast du aber ein bisschen viel zu viel geld aber ne du hast ja dein tot und dann dein dingens ja avaran das hatte ich ja eben vorgeschlagen dass wir die teams ähm mal mischen da hätte ich beispielsweise nichts dagegen aber ich habe meinen zuschauen versprochen dass ich nach dieser lol runde die eigentlich hier nur eingeschoben war da eigentlich der langstrecken flug weiterhin hätte funktionieren müssen sollen ähm komm der ah der noob in die falle rein gleich noch eine da mein langstrecken flug eigentlich hätte weitergehen sollen sind diese beiden lol runden eigentlich nur eingeschoben worden und ich werde gleich wieder fsx spielen aber vielleicht heute nacht nochmal irgendwie ein bisschen lol und vielleicht auch streamen keine ahnung mir egal und vielleicht stream ich halt öfter auch mal lol aber warum hat er eigentlich immer double buff warum hat er immer double buff und vor allem von wem also unseren red buff hat er mal nicht ja dann habe ich na thomas die ironie ja dumme frage und dumme antwort den wir da haben kannst du nicht fighten der einzige der hier fahren hat ist phoenix alle anderen kriegen es irgendwie nicht gebacken oh das war der jump war geil übers gebüsch mal weggejumped und mich also ich fliege Richtung 270 ich würde nämlich Landebahn jetzt wird der jungler gleich wiederkommen habe ich das ungute Gefühl ich habe den aber gewordert warum ist es jetzt nicht so schlimm jetzt ein nasus der 19 farm hat das ist der übelste kackboden das tut mir echt leid also mit das ist doch abartig ein nasus braucht mindestens bei bei 20 minuten 180 farm mindestens ein nasus muss afk farm ansonsten ist ein nasus useless der muss stacks auf seinem kuh haben wahrscheinlich hat er auch noch nicht mal stacks auf seinem kuh ordentlich also kann man ja schauen mal oh mein gott guck mal was der nasus da hat was hat er denn für wieviel stacks hat er denn 15 willst du mich verarschen willst du mich verarschen ja oh god das ist ja grauenhaft reporte den für schlechten spieler oder fiend oder irgendwas der mensch kann doch das das ist doch und was ist unser level was ist unser level durchschnitt hier level 20 oder so und irgendwann muss man ja auch glaube ich gemerkt gemerkt haben dass farm das wichtigste im ganzen game ist ja erst kommt farm wenn man nicht farmen kann braucht man nicht weiterspielen dann kann man das game deinstallieren und danach kommen ein paar andere dinge ja black der macht's ja dann hätte er gerne dass ich da jetzt was macht denn der für ein damage gott das ist witzig der xinder ne ja der ist gefeeder der hat zwei killspots abgestoppt nachdem er schon gefeeder war oh geh back wir spielen 4 gegen 5 ja das ist einfach nur das ist einfach nur schlecht weißt du doppel doran shield ist ja auch schon hm ich weiß nicht ich würde schon mal fragwürdig nennen manche würden mir da nicht zustimmen aber und dann instantier mart keine boots ich weiß ja nicht wo will er damit hin ja ich hab doran shield aber da spiel man halt auf kart 6 ja ne ja ok kann man machen aber ich mein doppel doran shield und dann tiamat das ist jetzt noch nicht so das wahre vielleicht das erst level 1 oder so du musst jetzt du musst wieder mehr one du musst da ein wort jetzt und da ein wort jetzt reintun wenn du back bist oder wenn ich den den olum hier vertrieben hab der guck mal der baut pur alter der baut pur ad was ist das denn für ein troll ok ja der xinder camp halt bot der probiert halt immer hier die die kills abzustauben ah da da beamt sie sich weg ja so hier äh hier muss ein board rein guck mal da wo der cork jetzt hoffentlich auch bald stirbt wenn die back geht hole ich die für mich kein problem hat sie wenn man range hat nein 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 boah der jump ist so gut das muss reichen so jetzt kannst du hier noch ein wort reinsetzen dann hast du deine drei worts verbraucht von deinem wort stone der wort stone ja wofür ist der sonst da und jetzt siehst du jetzt hast du drei von drei worts verbraucht und immer wenn du jetzt einen neuen setzt ohne dass der alte abgelaufen ist wird der andere wird ein anderer gelöscht und es ist wirklich ist es echt wichtig jetzt sehen wir wenn von oben der jungler kommt oder wenn von hinten der jungler kommt und die leute werden ungeduld sie wollen fsx sehen wir sind mit der runde hoffentlich relativ bald fertig wenn wir wir werden wahrscheinlich verlieren weil alle fieden aber ähm danach gibt es auf jeden fall wieder fsx mit einem ründchen nach san francisco lass back gehen einfach ins nächste gebüsch ins nächste gebüsch und er hat disconnected dauert ja wer kann dir so auch nichts aber ich habe jetzt auch ein disconnect was brauche ich jetzt nur alles so also du musst jetzt dein ancient coin ausbauen wichtig zum nächst größeren dein ancient coin dein gelbes teil da das musst du zum nomads medaillon ausbauen das mache ich wie ja klick da drauf ja und dann holst du das größere ab ja so und dann verkaufst du oder dann baust du deine boots um zu homeguard boots äh du hast im moment die distortion distortion boots aber diese brauchst du nicht du brauchst die homeguard boots kann ich mir mit kaufen hast du nicht genug geld mhm gut dann bleib bleib halt so warte mal wie viel geld hast du 1200 ja 1200 ja 1200 dann kannst du dir doch die schuhe umrüsten ja du musst dein enchantment äh homeguard sagen anstatt enchantment distortion bei mir kostet 1475 oh gott dann musst du die ganzen boots neu kaufen oder was ähm oder klick doch mal auf deine boots ja und dann siehst du doch ähm siehst du doch oben die die enchanted boots wenn der jungler oder das x oder was das ist da kannst dann verkauft sie und kauft dir dafür die homeguards die mit dem weißen emblem das ist wichtig weil die distortion bringt gar nichts das ist plus aller schwachsinn das kauft niemand rein zu mir rein zu mir helfe danke und wie ich schon 15.000 mal sagte mit dem fsx geht es weiter nachdem wir diese runde 0 beendet haben geh back warte jetzt halt mein hyper jump der war nicht schlecht ah jetzt hast deine homeguard jetzt hast du die falschen homeguard boots gekauft du hattest du hattest eben du hattest eben die cooldown boots jetzt hast du die die ma boots du brauchst entweder die armor boots oder die äh aber lass gut sein wir haben nämlich im gegner was haben wir denn im gegner team wir haben ad 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 also als hybrid du kannst mit ma nichts anfangen also magic resist damit kannst du genauso wenig anfangen äh der nasus guck mal hinter uns guck mal wer da kommt mit alter der nasus der hat 19 farms der noch ach der macht der ist ja die ganze zeit disconnect das können wir äh äh ich bin kein twitch partner denn man kann erst twitch partner werden wenn man konstant mindestens 300 zuschauer hat den link zum inb möchte jemand haben den kann ich gerne schicken den kann ich gerne schicken das ist der kommt nur vom jungle der gemeint boah soll ich meinen blubber holen bevor er den er holt ja wir müssen jetzt nicht warte mal wo geht denn der jetzt hin naja ich bin mal da den holen wir jetzt ich komm mit meinem jump von der seite oh komm mal kurz 6 5 4 3 2 2 1 lass es lass es lass es lass es ok so wir müssen jetzt in der mitte halten verhalten halt dich mal ein bisschen 8 und ja auch noch ach bullshit habe ich ihn gerade da gemacht naja jetzt werde ich gerade gefragt was die imb series mod ist das ist eine grafikverbesserung für den fsx und gegebenenfalls auch andere games ich glaube GTA gibt es auch noch imb richtig damit ich habe es gerade erklärt und ich werde wieder gefragt aber ein jump Freddy wenn einer low ist dann kann ich ihn kriegen wir brauchen jetzt endlich mal einen kontrollierten Teamfight ansonsten wird das nix guck mal wir haben die alle runter gepokt guck mal jetzt die die ok das war kein kontrollierter Teamfight nicht wirklich jetzt müssen wir ok interessant äh konstellation interessant habe ich ja nö der Snack ist weg es ist vorbei so und da haben wir den Luz traurig aber wahr wir hatten einfach nur ja kein besonders starkes Team wir hatten keinen wirklichen Jungler wir hatten auch keinen wir hatten kein Teamplay wir hatten keinen Jungler wir hatten keinen Farm bis auf Rengar wir hatten gar nichts wir hatten keine Koordination wir hatten einen First Time Support das ist alles nicht unbedingt so das wahre was man äh